Es freut mich, Herr Lambrecht, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um hier in der Bibliothek des Zentrums für jüdische Studien mit mir ein wenig über Antisemitismus zu sprechen. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, für das Gespräch. Ja, der zentrale Begriff ist schon gefallen. Wie wird denn Antisemitismus heute definiert? Ich würde vielleicht bei der Beantwortung der Frage ein bisschen weiter ausholen, nämlich mit der Frage, warum ist es notwendig, den Antisemitismus zu definieren. Und da muss man sich dem bewusst sein, dass bis zum Nationalsozialismus und zum Holocaust der Antisemitismus ein selbstverständlicher Teil des politischen Diskurses war und Antisemiten als Antisemiten in Erscheinung getreten sind. Das heißt, diese Frage, die heute so virulent wird, nämlich der genauen Definition von Antisemitismus, hat sich eigentlich bis zum Nationalsozialismus in der Form nicht gestellt, da die Antisemiten öffentlich als Antisemiten aufgetreten sind. Durch den Holocaust war der Antisemitismus im politischen Diskurs verbönt. Er war sozusagen diskreditiert und das bedeutet allerdings nicht, dass er verschwunden ist. Ganz im Gegenteil, es gibt trotz des Holocaust eine Kontinuität des Antisemitismus, auch neue Formen des Antisemitismus. Aber die Frage, was Antisemitismus ist, braucht immer stärker sozusagen eine Definition dessen und sozusagen eine Benennung. Und es ging immer um die Frage, ist etwas antisemitisch oder nicht, da sozusagen der Antisemitismus in Antisemiten stets abgestritten wurde. Daher sozusagen braucht es und braucht es noch immer sozusagen eine klare Definition des Antisemitismus, wobei hier sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass unterschiedliche Definitionen ins Rennen gebracht werden. Und es hat ganz, ganz viel auch damit zu tun, dass einfach auch die Felder, in denen Antisemitismus zum Tragen kommt, sich ausdifferenziert haben. Und es betrifft vor allem den Umgang, oder sagen wir so, das Thema rund um den Auskonflikt. Also Antisemitismus, der sich auf Israel, auf den Auskonflikt bezieht. Antizionismus sieht man eigentlich bezieht und hier sozusagen braucht es entsprechende Definitionen. Also in den letzten Jahren sind ja vor allem zwei Definitionen intensiv diskutiert worden. Einerseits die Definition der IRA, der International Holocaust Remembrance Alliance, und die hat eine Arbeitsdefinition vorgelegt. Ich zitiere sie ganz kurz. Zitat, Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Zitat Ende. Es gibt eine zweite Definition, das ist die Jerusalem Declaration on Antisemitism, die vor kurzem der IRA-Definition zur Seite gestellt wurden, die einen ziemlich ähnlichen Wortlaut hat. Beide Definitionen unterscheiden sich weniger in der grundsätzlichen Definition als in einem anderen Punkt, nämlich diese Definitionen gehen einher mit Beispielen. Die Schwierigkeit beim Antisemitismus gegenwärtig ist, es gibt die Definition, aber die Frage, die immer gestellt wird, ab wann beginnt Antisemitismus, wo endet Antisemitismus. Und beide dieser Definitionen geben ganz konkrete Beispiele und hier unterscheiden sie sich, während die IRA-Definition doch eine gewisse Anzahl an Beispielen im Kontext des North Konfliktes thematisiert, geht die Jerusalem Declaration sozusagen einen Schritt zurück in der Form oder einen anderen Weg und versucht hier sozusagen etwas differenzierter mit dieser Frage des North Konflikts entsprechend umzugehen. Warum ist das wichtig mit den Beispielen? Das ist deshalb wichtig, weil sozusagen genau der Vorwurf des Antisemitismus ein zentraler Gegenstand des politischen Diskurses in unseren Gesellschaften ist und es braucht sozusagen einfach Präzisierung, zu sagen, okay, wo beginnt beispielsweise legitime Kritik an der Politik eines Staates und wo ändert diese legitime Kritik und wird zu Antisemitismus. Und hier braucht es sozusagen eine klare Definition, um dann letztendlich damit arbeiten zu können. Welche Schlüsse ziehen wir also für uns aus diesen Definitionen? Der zentrale Schluss, den ich daraus ziehen würde, ist sozusagen, es braucht die Definitionen und die klare Benennung, was denn Antisemitismus ist, die Sichtbarmachung dessen, was Antisemitismus ist, um dagegen vorgehen zu können. Man muss es sozusagen klar artikulieren, man muss es klar aufzeigen, klar benennen, was ist Antisemitismus, um dann letztendlich den Antisemitismus auch wirklich bekämpfen zu können. Es braucht also dieses ganz klare Gespräch darüber. Wie sieht es denn mit Antisemitismus in Graz und an der Universität Graz aus? Als Historiker würde ich sozusagen zunächst einmal den Schritt zurückgehen. Und hier muss man einfach feststellen, erstens, Universitäten sind noch immer eingebettet in allgemeine politische und kulturelle Entwicklungen. Das heißt, auch die Universität Graz ist noch nicht eingebettet, ganz zentral, auch in die Geschichte der Stadt Graz, aber nicht nur in der Geschichte der Stadt, sondern auch des gesamten Raumes und die entsprechenden politischen Strömungen. Und hier ist für Graz festzuhalten, dass sich Graz ab den 1880er Jahren, also im späten 19. Jahrhundert, zunehmend als deutschnationale Stadt positioniert hat. Von Heinrich von Dreitschke kommt auch, wenn man so will, die Bezeichnung Graz, die deutscheste Stadt der Monarchie. Hier sieht man auch schon sozusagen so einen Gegenpol zu Wien, der Reichshaupt- und Residenzstadt, die man als sozusagen diese Metropole des Vielvölkerstaates mit den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen der Monarchie, während hier Graz sich sozusagen als deutschnationale Stadt positioniert. Und dieser deutschnationalen Intenität ist letztendlich der Antisemitismus, aber auch der Antislawismus ganz zentral eingeschrieben. Das heißt, diese Positionierung als deutschnational bedeutet für Graz eine klare Abwehrhaltung gegenüber dem Südosten, gegenüber der slavischen Bevölkerung in der Monarchie, vor allem sozusagen in der Steiermark. Und auch ganz zentral ist dem sozusagen Antisemitismus eingeschrieben. Das ist sozusagen ein Selbstbild der Stadt Graz und hier positioniert sich die Universität in ähnlicher Art und Weise. Das heißt, Universität und Gesellschaft gehen hier Hand in Hand. Wobei man schon feststellen muss, die Universität Graz ist natürlich auch immer sozusagen eine internationale Universität. Das ist sozusagen ein Aspekt, der aber schon durchaus bedeutsam war für die Universität Graz. Vor allem bedeutsam in den ganzen Bereich der Studierenden. Also die deutsche Studentenschaft am Institut Graz war antisemitisch und die Streitigkeiten zwischen den unterschiedlichen Lagern in dieser deutschnationalen Studentenschaft waren eher in der Frage sozusagen, wer ist antisemitischer? Also weniger sozusagen Pro- und Kontra-Antisemitismus, sondern eher die Frage sozusagen, wer ist denn hier antisemitischer? Dieses Klima führt auch letztendlich dazu, dass am Universität Graz stets nur eine sehr kleine Zahl von jüdischen Studierenden studiert hat. Wir sprechen hier von Größenordnungen zwischen 50 und 100 Studierenden, die so bis im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert am Universität Graz studieren, bei einer Gesamtstudentenzahl zwischen 1.500 und 2.000 Studierenden. Das heißt, man sieht ja schon, die Universität Graz ist zwar eine attraktive wissenschaftliche Einrichtung, aber sozusagen nicht attraktiv für jüdische Studierende. Im Gegensatz beispielsweise zur Universität Wien, wo einfach die Anzahl der jüdischen Studenten entsprechend größer war, muss man sagen, dass die jüdische Gemeinde in Wien auch entsprechend größer war. Das heißt, was wir feststellen müssen, ist tatsächlich, dass der Antisemitismus unter den Studierenden, aber nicht nur, sondern auch zum Teil unter den Lehrenden, virulent war an der Universität Graz. Es gab Ausschreitungen, Aussperrungen, Übergriffe auf jüdische Studenten, aber nicht nur jüdische, sondern auch auf italienische, auf slawische Studierende seitens der deutschnationalen Studierenden. Klarerweise spielt hier dann die Zeit des Nationalsozialismus eine zentrale Rolle. Teile der Studentenschaft haben den Nationalsozialismus unterstützt. Nach 1945 gibt es einerseits eine Kontinuität des Antisemitismus im entsprechenden deutschnationalen Milieu. Ich würde aber meinen, dass er gegenwärtig, zumindest sichtbar, keine Rolle spielt. Ich würde mich aber auch nicht behaupten trauen, dass er nicht vorhanden ist. Und der Antisemitismus, wenn man sich die aktuellen Studien anschaut, ist vorhanden. Es gibt einen Antisemitismus und der Antisemitismus ist ganz zentral im Kein, keine Angelegenheit des gesellschaftlichen und politischen Randes, sondern der Antisemitismus entspringt immer im Zentrum der Gesellschaft. Und damit ist natürlich auch die Universität davor nicht gefeit. Das bringt mich jetzt auch schon zu meiner nächsten Frage. Inwieweit braucht es denn eine solche historische Analyse für unser gegenwärtiges Zusammenleben und Zusammenarbeiten? Ja, da würde ich vielleicht auf zwei Punkte hinweisen. Der eine Punkt bezieht sich ganz konkret auf eine Studie, die 2020 veröffentlicht wurde, der Antisemitismusbericht in Bezug auf Österreich, Auftrag gegeben von der österreichischen Bundesregierung. Und neben unterschiedlichen Dingen zeigt diese Studie einen Punkt tatsächlich, dass jene Befragten oder Personengruppen, die aktiv eine Vergangenheitspolitik, Erinnerungspolitik befürworten, wesentlich weniger anfällig für Antisemitismus sind als wir jene, die sozusagen eine kritische Vergangenheitsbewältigung oder Erinnerungspolitik ablehnen. Das heißt, es gibt hier eine Korrelation zwischen Antisemitismus und Erinnerungspolitik, die ganz klar sagt, diejenigen, die sich positiv zur Erinnerungspolitik und zur Vergangenheit in einer kritischen Aufarbeitung Vergangenheit in Bezug setzen, sind weniger anfällig für Antisemitismus als jene, die diese Form von Erinnerungspolitik ablehnen. Das heißt, sich erinnern bringt einfach sozusagen Vorteile in der Frage der Prävention von Antisemitismus. Der andere Punkt ist natürlich, dass Wissenschaftseinrichtungen, aber nicht nur Wissenschaftseinrichtungen, sondern jede Institution sich einfach mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen muss und soll, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass daraus im Prinzip ein Selbstverständnis als Institution entsteht. Wie sehen wir uns? Wie verstehen wir uns? Als Universität, als Forschende, was sind unsere moralischen, ethischen Grundlagen? Und hier braucht es eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Institutionengeschichte, um dann letztendlich auch ein Commitment zu finden, dass man sich als Einrichtung manchen Werten verpflichtet, wie Demokratie, Menschenrechte, einer liberalen Gesellschaft, einer offenen Gesellschaft. Und deswegen braucht es ganz zentral diese kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. Herr Landrecht, vielen herzlichen Dank für Ihre Erläuterungen, die ich sehr spannend gefunden habe. Und ich danke für Ihren Beitrag zu diesem MOOC. Ja, ich danke für die Einladung.